Der Transfersommer 2024 war eine Zeit der Aufregung und Erwartungen bei Borussia Mönchengladbach. Mit den Verpflichtungen von Philipp Sander, Tim Kleindienst und Kevin Stöger gelang es dem Verein, sein Team zu verstärken und auf Spieler zu setzen, die das Potenzial haben, das Niveau der Mannschaft zu heben. Doch hinter diesen Verpflichtungen gab es eine Reihe von Verhandlungen und Spekulationen, die das Szenario der Saison hätten verändern können. Gladbach war aktiv auf dem Transfermarkt und suchte nach Gelegenheiten, das Team weiter zu verstärken. Große Namen kursierten auf den Tischen der Verantwortlichen und schürten Gerüchte und Erwartungen. Kevin Dix vom FC Kopenhagen und Jordan Thorunariga von K.A. Gent gehörten zu den am meisten diskutierten Namen am berühmten Deadline D, dem letzten Tag der Transferperiode. Doch beide blieben letztlich bei ihren jeweiligen Vereinen und Gladbach musste auf Lastminuteverstärkungen in der Defensive verzichten. Trotzdem beschränkten sich die Bewegungen nicht nur auf die Spieler, die blieben. Der französische Mittelfeldspieler Manu Cornet, ein aufstrebender Star, war ein zentrales Puzzlestück in diesem Transferdrama. Der Verein musste seinen Wechsel zu Esrom verhandeln, was eine bedeutende finanzielle Rückkehr brachte, aber auch eine Lücke im Herzen der Mannschaft hinterließ. Dieser abgeschlossene Transfer war ein Meilenstein des Sommers, aber es gab auch andere Verhandlungen, die nicht zustande kamen. Zu den Spielern, die stark mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurden, gehörten Joris Schotar von Montpellier, Bernardo vom VfL Bochum und der ehemalige Leihspieler Maximilian Wüber von Leeds United. Diese Namen tauchten den ganzen Sommer über wiederholt in den Nachrichten auf und weckten Erwartungen bei den Fans. Doch als sich der Staub legte und das Transferfenster schloss, hatte keiner von ihnen das Trikot der Fohlen angezogen. Alle entschieden sich, bei ihren aktuellen Vereinen zu bleiben, oder vielleicht gab es nie eine echte Absicht, zu wechseln. Aber nicht alle Spieler, die von Gladbach angesprochen wurden, trafen diese Entscheidung. In einigen Fällen waren es die Spieler selbst, die Entscheidungen trafen, die nicht wie geplant verliefen. Ein klarer Fall ist Albert Affengruber. Der Spieler, der im Visier mehrerer Vereine, einschließlich Gladbach, stand, entschied sich, ein besseres Angebot zu suchen. Doch die Dinge liefen nicht wie erwartet und er fand sich ohne den Karrieresprung wieder, den er sich erhofft hatte. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Antonio Purtas. Der Spieler stand auf Gladbachs Wunschliste, entschied sich jedoch für den finanziell lukrativeren Weg. Er wählte ein finanziell vorteilhafteres Angebot, auch wenn dies bedeutete, auf das Spielen in einer wettbewerbsfähigeren Liga wie der Bundesliga zu verzichten. Diese Entscheidung wirft die Frage auf, lohnt sich die finanzielle Wahl wirklich, wenn man die Chance hat, in einer Elite-Liga zu spielen? Nur die Zeit wird zeigen, ob diese Entscheidungen richtig waren oder ob diese Spieler die Gelegenheit verpasst haben, einen bedeutenden Karriereschritt zu machen. Obwohl das Transferfenster ohne die erwarteten Neuzugänge geschlossen wurde, gelang es Gladbach dennoch, ein wettbewerbsfähiges Team aufzustellen. Die Verpflichtungen von Sander, Kleindienst und Stöger sind vielversprechend. Und die Fans haben Grund zu glauben, dass der Verein in der Bundesliga auf hohem Niveau konkurrieren kann. Trainer Gerardo Seohane wird die Aufgabe haben, diese neuen Spieler zu integrieren und das Potenzial des Teams maximal auszuschöpfen. Was können wir aus dem Transfersommer in Gladbach lernen? Erstens, dass der Transfermarkt unberechenbar und voller Überraschungen ist. Spieler, die fest für einen Wechsel eingeplant waren, bleiben doch, während andere, die nicht auf dem Radar waren, plötzlich auftauchen. Darüber hinaus folgen die Entscheidungen, die sowohl von den Vereinen als auch von den Spielern getroffen werden, nicht immer einer unmittelbaren finanziellen oder sportlichen Logik. Oft werden sie von persönlichen Faktoren, Karriereambitionen oder einfach von der Unsicherheit geprägt, die den Profifußball ausmacht. Was denkst du nun über die Entscheidungen dieser Spieler und von Borussia Mönchengladbach während des Transferfensters? War es ein Fehler, Namen wie Dix oder Torunariga nicht zu verpflichten? Oder hat der Verein gut daran getan, sich auf die Verpflichtungen zu konzentrieren, die er realisieren konnte? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Wir wollen wissen, was du über das denkst, was ein sehr unterschiedlicher Transfersommer für die Fohlen hätte sein können.